Theo ist Segler aus Leidenschaft. Auf seinem Zündcutter verarbeitet er neben Segeln auch Sonnenschutzsysteme und andere unbedruckte technische Textilien. In der Produktionsplanung muss er jederzeit den Überblick haben, um seinen Kunden Auskunft über die voraussichtliche Lieferzeit oder die Verfügbarkeit aller Komponenten geben zu können. Dafür nutzt er das Software-Feature Mindgest als Produktdatenmanagementsystem. In der Arbeitsvorbereitung wird ein Schneidauftrag erstellt und das benötigte Material kommissioniert. Dabei ist höchste Ressourceneffizienz gefragt. Zündprecutcenter oder Mindgest unterstützen auch diese Arbeitsschritte optimal. Nun erfolgt die Übergabe der Schnittdaten an die Cutter-Software, das Zündcutcenter oder Mindcut. Der Zündcutter ermöglicht Theo flexible Einsatzmöglichkeiten und maximalen Output. Verschiedene Visualisierungsoptionen beim Absortieren der geschnittenen Teile helfen ihm dabei, dass alle Schnittteile fehlerfrei und bestens vorbereitet in die Weiterverarbeitung gelangen. Nun werden die Teile zusammengenäht oder anders weiterverarbeitet.